Dein Name? Velaemine. Besonderes Merkmal? Rötliche Haare und ein Vogel. Steht für Freiheit. Das mag ich ungeheuer gern. Irgendwo zu stehen, wo ich einen Ausblick habe, zum Beispiel. Entweder ein Dach oder ein Berg. Also Ausblick haben ist so mein Ding. Das mag ich gar nicht. Senf. Wen ich toll finde und warum? Meine beste Freundin, weil sie immer für mich da ist. Am Wochenende mache ich am liebsten. Spazieren gehen, einen frischen Saft, Yoga und Freunde treffen. Mein Lieblingstier? Elefant. Warum gerade der Elefant? Weil sie das beste Gedächtnis haben und einfach sehr treue und liebevolle Tiere sind. Ist das so? Haben die hier so ein gutes Gedächtnis? Ja, die können sich bis zu 15 Jahre an zum Beispiel einen Wert erinnern, der sie geschlagen hat. Wenn ich mal schlechte Laune habe, hilft? Sonne. Und Musik. Was hörst du denn so für Musik? Ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel zwei Alben durchgehört. Einmal von Mathea und einmal von Dua Lipa. Ich höre mir das dann einfach an und höre so, wie sie es auch schaffen, die einzelnen Lieder zusammenzubauen und insgesamt eine ganze Albumgeschichte zu erzählen. Und wie passt das stilistisch alles zusammen? Findet immer wieder die gleiche Gitarre oder der gleiche Bass-Sound statt? Ja, also ich gucke dann eigentlich immer von Album zu Album und schaue, was mich irgendwie inspiriert und beflügelt. Ich höre gerne die Jungs von Provinz. Das ist meine neue Entdeckung auf jeden Fall. Ein unfassbarer Sänger. Der könnte mir das Telefonbuch vorsingen und ich wäre hin und weg trotzdem, weil ich ihm einfach alles glaube. Ich glaube ihm diese Emotionen, mit denen er singt. Ein Tag ist perfekt, Ben. Eigentlich schafft es jeder Tag perfekt zu sein, auch wenn es regnet. Ich glaube, wenn ich kurz die Gelegenheit hatte, um mir vor Augen zu führen, dass ich ihn selbst perfekt machen kann.